Willkommen zurück! Ja, jetzt werden wir sehen, ob ich das überlebe. Wohl nicht. Ja. So viel dazu. Ein Cliffhanger. Ach, ich kann nicht klein werden, wenn ich das nicht hab. Okay, das ist schön. Ich schmeiß mich mal eben kurz in den Tod, danke. Weil ich gesehen hab, ich krieg mehr als nur eine zurück. Gut. Hoffentlich. Wo komm ich denn jetzt da hin? Ups. 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 Ich will die goldene Flasche, aber wie komm ich da hin? In der Hektik krieg ich das nicht gebacken. Funktionieren. Ach so. Gut. Ja, ja, ich weiß. Ich merk das. Glück. Das ist sogar jetzt noch weniger als vorher. Das war falsche Taste. Ich bin nicht. Ich habe kein Leben. Ich danke dir, Alice. Sei so gut zu dir, wie du zu uns warst. Holt den Anker ein und dreht bei, Männer. Wir steuern gern hohe und gelohreiche See. Ich bin halb tot. Also eigentlich nicht nur halb, ne? Aber gut. Wir haben uns noch nicht oder nicht verraten, wie man es gerne nennen möchte. Aber jetzt kommt schon auf das Kömpfen erst mal wieder aufhören. Gut. Ich nehme auch Erinnerung, ich nehme eigentlich alles. Ich nehme jetzt eigentlich alles. Was große Kiepes. Außer Einspringen jetzt natürlich. Aber ja. Ich sehe so viel hier auch. Jetzt habe ich was gesehen. Ah, da war noch mehr. Okay. Das scheint nichts mehr zu sein. Eine Blume. Ah, okay. Das soll man so sagen. Geht was zum Hüpfen. Gut. Kriege ich vielleicht noch einen. Ach ja. Nein. Seht ihr, wie ich da runtergerutscht bin? Das war diesmal nicht ich. Diesmal nicht. Sonst bin ich es immer. Diesmal aber nicht. Gut. Jetzt könnte langsam auch mal das Failing aufhören. So. Am Ende des Spiels langsam sollte so etwas nicht vorkommen. Mann. Okay. Erklagt mich bitte. Wieso schlechte mit Place hier? Was? Das ist einfach nicht meins. Was wird's nie sein? Was wird's nie sein? Ja. Gut. Das ist eine super Einstellung. Nein. Nein. Ich denke, damit können wir alle leben, wenn ich mich hier jetzt dauernd totstürze. Nein. 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 Schauen wir mal, dass es nicht so geht. Außer ne Wand. Ah, ich wusste es irgendwie. Oh yeah. Cool. Was? Nein, nicht cool. Wieso rennt die weiter? Wieso? 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 I don't want this hour. Ich wollte die eigentlich noch vorher haben. Eben, sah mein Leben noch nicht mehr so kacke aus wie jetzt. Irgendwie doof. Oh, so ein schöner Abgrund. Da müssen wir gleich reinspringen. Und dann auch noch mit Hysterie. Yes. So muss das ausschauen. So hat das Deal. So. 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 Ich weiß nicht, wieso mich das Spiel so ärgern möchte. Ich weiß nicht. Jetzt versuchen wir mal den anderen Weg. Vielleicht geht der besser. Wohl eher nicht, aber... Jetzt schieben. Wo ist denn die Richtung? Woa. Oder wir fahren einfach durch den Mist durch und sterben. Möchtest du fortfahren? Oh ja, bitte. Äh. Ich kann rutschen nicht, kann puzzeln nicht, ich kann nicht springen. Was kann ich denn überhaupt? Ja. Wir sind wieder hier. Und dürfen alles nochmal sammeln. Oder was? Die wollen mich verarschen, oder? Bitte sagt mir, dass die mich verarschen wollen. Und dass ich wenigstens die Änderung eingespeichert habe. Oh yeah. Toll. Happy. Ohne Ende. Gut. Ich glaube, das sollte mich so auf die Rutsche vorbereiten. Ja. Auf das Sterben. So, damit ich mich schon mal damit abfinde, dass ich jetzt 50 Mal sterben werde. Weil das sowieso alles keinen Sinn hat. Und dann bin ich mir sowieso nicht. Ja, diesmal nicht mit mir. Diesmal rutsche ich nicht auf meine Deppigen Kante. Gut. So. Jetzt. Jetzt. Ja. Wer eine Seele zerstört, zerstört eine ganze Welt. Darin liegt viel Weisheit, Alice. Warum kann ich so vor der Rutsche noch in der Uhr kommen? Nein, das muss mich quälen. Und euch auch. Das ist ja... Ätzend, ätzend. Ich will hier schlecht spielen, denn das ist ja kaum auszuhalten. Zack. Was? Ich hab schon wieder gefahren. Aber wir werden das ja noch so schön oft haben. Innerhalb der Rutsche kann man nicht springen. Das ist wahnsinnig. So. Ich sag dazu gar nichts. Ihr wollt mich verarschen, oder? Ich will nicht. Nein, 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 nein. Nein! Der mancht mich. Nein. Nicht nochmal. Nicht nochmal. Bitte sag mir, dass ich das nicht nochmal machen muss. Please. Okay. Das ist auch nicht viel besser. Aber gut. Okay. Okay, so funktioniert das nicht. Es hätte ja sein können. Dass ich jetzt abhauen möchte. Ich weiß nicht. Es schaut nicht sehr danach aus, dass ich irgendwas erreiche. Außer, dass ich weg will. Was? Der mancht mich. Der mancht mich richtig. Kann ich mir mal ausprobieren. Was ist das für ein... Du kannst mich nicht manchen. Du kannst mich nicht manchen. Ja, Batsch. Wie so ein dreckiges, nerviges Kind, das... Ah. Houston, we have a problem. Yay. Okay. Übrigens, sterben ist eins meiner Hobbys. Ich sterbe nachmittags. Ich sterbe vormittags. Ich sterbe auf der Schule. Ich sterbe bei der Schule. Es gibt da mehrere Ziele, kann das sein? Wie soll man eben ausweichen? Da muss man ja dauernd Schmetterling machen. Das geht doch gar nicht. Das muss doch eine fucking Schwachstelle sein. Ich kann irgendwas nur sehen. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich einfach nicht. Hoffentlich. Was soll ich denn jetzt mit dem machen? Was tut die da? Der will mit manchen. Der will mit manchen. Okay, aber... Ja. Nein. Ich will nicht. So, durch die Wand versuchen? Okay, er will nicht. Er will einfach nicht. So stirbt es er, sie es nicht. Ah, scheiße! Okay, ob ich gewinn oder verliere, sterbe oder glorreich Sieg... ...werdet ihr in der nächsten Folge sehen, währenddessen ich mich hier hinter verstecken werde. Bis zum nächsten Mal! Hoffentlich! Hoffentlich! Bye-bye!